Vergessene Gräber von Leo Born. Es liest Sabina Godetz. Die Symbole des Todes. Sie hatte ein Monster kennengelernt, hatte ihm in die Augen geblickt und darin die Hölle gesehen. Eine stumpfe, farblose, erbarmungslose Hölle. Sie zitterte. Ihr Körper bebte geradezu. Ihre Gedanken rasten und landeten doch immer in den gleichen dunklen Winkeln ihres Kopfes, der so sehr schmerzte. Kamen immer bei den gleichen Fragen an. Wann war die Lösegeldforderung zu Hause eingegangen? Wie hatten ihre Eltern reagiert? Wann würde die Geldübergabe stattfinden? Sie kauerte in der hintersten Ecke des Raumes, rollte sich in Fötushaltung auf der Matratze zusammen, deren Gestank sich mit dem Geruch ihres getrockneten Schweißes vermischte. Ihr war kalt. Doch sie wusste genau, dass sie sofort wieder am ganzen Körper heftig schwitzen würde, sobald sie die Schritte des Monsters hörte. Nie hätte sie es für möglich gehalten, dass ein solches Wesen existieren konnte, dass ausgerechnet sie ihm begegnen würde. Nie hätte sie es für möglich gehalten, dass man aus nichts anderem als aus Angst bestehen konnte, einer panischen, beinahe irrwitzigen Furcht. Wie lange befand sie sich mittlerweile hier? Wohl mehr als 48 Stunden. Knappe 10 Quadratmeter. Nackter Boden, nackte Wände. Für ihre Notdurft gab es einen Eimer, dessen verbeultes Blech schimmerte. Ein Heizkörper auf Rollen, betrieben mit einem brummenden Generator, sorgte dafür, dass sie nicht erfrohr. Dabei wäre der Tod vielleicht sogar eine Erleichterung. Sina versuchte, so ruhig wie möglich zu atmen und einen letzten Rest Hoffnung zusammenzukratzen. Bald musste es doch vorbei sein, sagte sie sich. Bald. Dann wäre sie frei. Zurück in ihrem alten Leben, das so geradlinig, unbeschwert und vielversprechend verlaufen war. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Im nächsten Moment zerschellte ihre gerade wieder erlangte Ruhe wie hauchdünnes Glas. Schritte. Sie biss sich auf die Unterlippe. Dreimal hatte er ihr es schon angetan. Bitte nicht, flüsterte sie, die Augen zugepresst, die Finger ineinander gekrampft. Bitte nicht. Sie zog ihren Rock herunter, soweit es ging. Sie drückte die Innenseiten ihrer Schenkel fest zusammen und spürte dabei das Blut, das auf ihrer hellen Haut rostrot eingetrocknet war. Das Öffnen der Tür, das von einem leisen Quietschen begleitet wurde. Sina zitterte noch stärker. Bitte nicht, bitte nicht. Lieber sterben. Oder war? Ein Gedanke durchzuckte sie. Jäh wie ein Blitz. Würde er ihr womöglich sagen, dass das Lösegeld bezahlt worden sei? Dass alles vorüber wäre? Aber sie hatte ihn gesehen. Sein Gesicht. Die Fratze dieses Monsters. Sie konnte ihn beschreiben. Die Tür wurde komplett aufgestoßen. Ein großes Viereck aus Tageslicht wurde sichtbar, in dessen Mitte die dunklen Umrisse des Mannes aufragten. Sie spürte seinen taxierenden Blick wie eine Berührung. Er kam auf sie zu. Sie wimmerte. Dann war er bei ihr. Ganz nahe. Zerrte ihren Rock nach oben. Seine eiskalten, harten Hände auf ihrer Haut. Seine Kraft. Sein Keuchen. Lieber sterben. Die Pullover in grellem Bordeaux oder Türkis gehörten der Vergangenheit an. Sie waren allesamt im Altkleider-Container gelandet. Kommissar Jan Rosen trug inzwischen graue oder schwarze Longsleeves, gelegentlich einen dunklen Hoodie. Das passte auch besser zu der nachtblauen Wollmütze und der Jacke im Armeestil. Aber es ging um viel mehr als um einen neuen Look. Es ging um einen neuen Rosen. So erhoffte er es sich zumindest. Um einen härteren, mutigeren, ehrgeizigeren Kriminalbeamten, als er es bisher gewesen war. Er streifte sich die Mütze über, als er vor das Präsidium trat. Der Abend senkte sich über die Stadt. Am Himmel bildeten Wolkenfetzen ein wildes Muster. Der letzte Schneeregen lag kaum eine Stunde zurück. Es war noch einmal richtig kalt geworden. Der Winter schien einfach kein Ende zu nehmen. Einen Moment war Rosen versucht, nach oben zu den Fenstern des Großraumbüros zu spähen, das er mit anderen Beamten der Mordkommission teilte. Er meinte förmlich, den Blick aus den beunruhigend dunklen Augen zu spüren, die seiner Kollegin Mara Belinsky gehörten. Gehst du wieder ins Bahnhofsviertel? hatte sie ihn vorhin gefragt. Seine Antwort war nur ein vages Murmeln gewesen. Er wollte nicht, dass sie davon wusste, dass er mehrmals in der Woche in das eigentlich von ihm verhasste Viertel aufbrach, um die Straßen zu durchstreifen. Er hätte es ihr nie sagen sollen, dass Anjana Lopescu seine Gedanken immer noch täglich beschäftigte, dass er nach Anjana suchte. Beim Einsteigen in seinen Audi entdeckte er aus den Augenwinkeln tatsächlich Belinskis schmale Gestalt am Fenster, und er glitt schnell hinters Steuer. Auf der Fahrt musste er wie so oft über sie nachdenken. Sie war ihm nach wie vor ein Rätsel, obwohl sie nun schon eine ganze Weile zusammenarbeiteten. Gelegentlich, bei einem gemeinsamen Glas Wein nach Dienst, schien ihre raue Schale Risse zu bekommen. Aber immer wenn er meinte, dass sie nun wirklich einmal etwas von ihrem Innenleben preisgeben würde, machte sie gleich wieder dicht. Sie wurde die Krähe genannt. Dank ihrer dunklen, hart und direkt blickenden Augen und ihren ebenso schwarzen Klamotten ein treffender Spitzname. Bisweilen allerdings wirkte sie auf Rosen auch ganz anders. Dann strahlte sie etwas Verletzliches, beinahe Zerbrechliches aus. Ein Rätsel eben. Er würde wohl nie schlau aus ihr werden. Er würde wohl nie schlau aus ihr, aber es ist ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel. Er würde wohl nicht schlau aus ihr, aber es ist ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel.